Musik Schwierige Weihnachten dieses Jahr, banges Verfolgen der Nachrichten über neue Besuchsregelungen und Einschränkungen, der Brexit auf der Zielgeraden, Trump und seine Anhänger wie im Wahn und im Schatten der großen Schlagzeilen grauenvolle Kriege und Bürgerkriege. Predigen ist in diesem Jahr wie ein Eiertanz, noch mehr als sonst in der Gefahr, irgendwo zu landen zwischen billigem Trost und Trostlosigkeit. Musik Das Lied »O Heiland reißt die Himmel auf« ist für mich aus dem großen Kreis der Advents- und Weihnachtslieder fast das einzige Lied, das mich innerlich erreicht. Und deshalb möchte ich heute darüber predigen. Heute beim Remberti-Gruß am dritten Advent. Seien Sie herzlich willkommen dazu. Ich habe mich anregen lassen von Gedanken Heribert Prantls, der vor vier Jahren im Dezember unter dem Eindruck des Anschlages auf dem Berliner Weihnachtsmarkt einen längeren Artikel geschrieben hat, genau über das Lied »O Heiland reißt die Himmel auf«. Und ich fand seine Gedanken unverändert aktuell. »O Heiland reißt die Himmel auf«. »O Heiland reißt die Himmel auf«. »Kreis ab«. »Preis ab vom Himmel, Tor und Tür, reißt ab, wo Schloss und Regel füh'«. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tauerland, wo Heiland fließt, ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über der Kopf baut. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, das Berg und Tag für alles wird. O Erd, herrlich, blümmer dich, o Heiland, aus der Erde spät. Weihnachtslieder sind ja eher lieblich und so ein bisschen heimelig. Sie singen von jubelnden Engelscharen, von offenen Herzen und Türen, von eilenden Hirten und natürlich vom süßen, neugeborenen Kind. Manchmal verbinden sie uns mit tröstlichen Erinnerungen, aber manchmal tun sie auch einfach nur weh. Und sind so entfernt von der Realität wie nur irgendetwas. Der Trostlosigkeit näher als dem Trost. Wir sollen ja in diesem Jahr die Tore in den Weihnachtstagen möglichst geschlossen halten. Besuche werden zeitlich limitiert mit Mundschutz und Abstand stattfinden. Immer auch mit der Furcht verbunden, dass da eben nicht der Heiland in uns einzieht, sondern ein gefährliches Virus. Das Lied, O Heiland, reiß die Himmel auf, ist inmitten aller vertrauten Weihnachtsidylle wie ein Protestlied. Der Jesuit Friedrich Spee hat es vor fast 400 Jahren geschrieben, mitten in den Grauen des Dreißigjährigen Krieges. Es war eine Zeit, in der tausende selbstbewusste Frauen als Hexen hingerichtet wurden, nachdem man ihnen unter Folter Geständnisse abgepresst hatte. Spee war ein leidenschaftlicher Gegner der Hexenverfolgung und er war der Beichtvater der Opfer. Er hat die Folter gesehen, den Hass des Mobs und den Wahn der Richter. Er wusste um die Unschuld der Opfer, aber er hat kein Urteil verhindern. Er hat nur trösten können. Er hat sich überlegt, ob er sich selbst den Kopf herunterhauen lässt, aber dann hat er ihn lieber zum Denken benutzt, hat weiter getröstet und weiter begleitet zum Scheiterhaufen und Gott angeschrien in seinem Lied, reiß auf, reiß ab, schlag aus. Das Lied ist kein Klingeling. Es ist der bittere Ruf nach Gerechtigkeit. Es ist die Klage darüber, dass Weihnachten nicht kommt, obwohl es im Kalender steht. Die Klage legt die Enttäuschung frei und bricht der Sehnsuchtbahn. Sie ist der Versuch, sich zu wehren gegen kollektiven Wahn. Spee flieht nicht, auch nicht in simpler Antworten. Er konnte den Terror ja nicht stoppen. Aber er konnte tun, was ein Einzelner tun kann, ihn anklagen. Und das hat er getan. Er hat es nicht bei Forderungen an den himmlischen Heiland belassen. Er wurde zum Widerständler. Man könnte neudeutsch sagen, zum Whistleblower des 17. Jahrhunderts. Sein Trostschrei Lied aus dem Jahre 1622 ist heute so aktuell wie damals. Die Welt scheint bodenlos zu werden. Unsere Grundgewissheiten schwinden. Nichts scheint mir sicher. Weder Fortschritt noch Rechtsstaatlichkeit. Im Schatten verlogenen Nationalismus spielen sich unvorstellbare Grauen in Kriegen und Bürgerkriegen ab. Die Lüge ist politikfähig geworden. Und auf den Straßen und im Internet protestieren Menschen, deren Ansichten tatsächlich wahnhafte Züge haben. Und neue Hexenverfolgungen bahnen sich an. Man wünscht sich daher zu Weihnachten kein neues iPhone, das einem dann die schlechten Nachrichten noch schöner präsentiert. Man wünscht sich etwas anderes, etwas Großes. Dass der Engel, der in der Weihnachtsgeschichte Friede auf Erden verheißt, vielleicht doch nicht gelogen hat. Dass der finstere Lauf der Dinge angehalten wird und der Himmel zerreißt, wie in der Legende von der heiligen Nacht. Aber die Wunschzeiten sind versunken wie im Märchen. Wünsche erfüllt kein Engel, kein Christkind, keine Fee. Wünsche erfüllen sich die Menschen selbst. Bei Wünschen, die man in Geschenkpapier einwickeln kann, geht das ja ganz gut. Bei nackten Lebenswünschen, denen nach Frieden, Herberge, Mitmenschlichkeit tut man sich schwer. Wenn die Menschen sie sich zu erfüllen versuchen, tun sie das oft verzweifelt wie die Briten beim Brexit. Spee hat damals in größter Verzweiflung nicht resigniert. Er hat getröstet, geschrieben, geschrien. Er hat anonym die Streitschrift Cautio Criminalis verfasst, den Anti-Hexenhammer darin für die Unschuldsvermutung, für ein faires Verfahren, für Menschen- und Frauenrechte geworben. Er hat Gott angefleht und angefaucht und sich selber auch. Er hat in seinem Lied nicht das süße Christkind angerufen, sondern den Heiland, der selbst unter das Rad der Geschichte kam und Gewaltopfer wurde. Wie dieser hat er der Verzweiflung standgehalten. Er hat sie produktiv werden lassen. Spesow, könnte man sagen, war ein Befreiungstheologe, auch wenn es mit der Befreiung von der Hexenjagd noch ein Jahrhundert und länger gedauert hat. Er ist weder dem billigen Trost noch der Trostlosigkeit verfallen. Und darin kann er uns ein Weihnachtsvorbild sein. Vielleicht gibt es schönere Zeiten, hat Jean-Paul Sartre gesagt, aber dies ist unsere Zeit. Sie braucht Leute, die zur Not den Himmel aufreißen, wenn die Erde die Hülle ist. Dann wird Weihnachten. Wo bleibst du Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt. Oh, komm, ach komm, vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Oh, Gnade, Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern. Da brach jeder Halt weg und schien auch kein Sinn mehr. Da schloss sich die Angst wie ein Schmerz um die Seele. Da war auch kein Trost mehr. Die anderen lachten und du ganz allein im Dunkeln. Da habe ich dich schreien gehört, Bruder. Da habe ich dich weinen gehört, Schwester. Da habe ich dir Glauben gelernt, Gott, Schwester, Bruder. Gott segne euch mit einem langen Atem in dieser Zeit, in der so viele rennen und drängen. Gott segne euch mit wachen Augen, die ihr braucht, um ihm und einander zu begegnen. Gott segne euch mit starkem Vertrauen und großer Liebe, dass er wirklich und trotzdem kommt. Ja, so segne euch in dieser adventlichen Zeit der Gott Immanuel. Immanuel. Gott ist mit uns. Amen. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020